Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Digi's Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Beim letzten Mal hatten wir in dem Bereich Nebenaufgabe die Anpus Arena abgeschlossen. Jetzt geht es insoweit mit Anpus Rennstrecke weiter. So. 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 Jetzt habe ich das Pseudo Rennen gewonnen. Ich weiß gar nicht ob das überhaupt so eingestellt ist, dass man es auch jemals verlieren könnte. Keine Ahnung. Zumindest hier noch die restlichen Felder räumen. Und zum abschließenden Gespräch mit der Figur Anpus. So. Damit war es das auch schon für dieses Level und dann auch somit dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen von mir, dem Retro Gamer. Ich verabschiede mich dann für heute und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.